halloa hier war ein Küchen, mein Name ist der recht herzlich willkommen auf meinem ostlichen Kanal und zu einem kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen Dead Inside. Ich bin die Jury, die eigentlich jetzt gemacht hat. Settings. Alter, jo, fullscreen, motion blur, jo, back. Back in town, play game. Mal schauen, was ein Sauber hatten wird. Dead Inside. Oh, creepy. Irrungsspund. Spund wie ein Flitzboot. Well, what? Es klopft. Video. 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 Wie ist es Video? Video. 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 μέ Norddeutsche. Does die Welt GTT von Siehut! Laptop? Ah, es klopft. Haben wir eine Flashlight? Nee, Schlagzeug? Ich glaube es ist eine Tür. Main Drawn. What kind of prank is this? Move these boxes. Oh, I'm calm. What? Visority move? Ich kann nur e-drinken und passiert nichts. Und alles andere geht nicht. Mender, I don't even have a phone. Got a contact move from this. What? Wir brauchen den, sag ich nochmal, die Tür. Was war das? Der Bademann. Warte, warte. Ich kann hier nichts tun. Was war das? Ich brauche, ich brauche ein Phone. Was liegt da? Toilet? Someone stole my Flash tank. Can't have shit in Detroit. Jemand hat die Spülung hier weggeklaut. What is this? Ah, Moment, aber was? Batterie. Wir haben eine Batterie. Recharge. Flashlight. Geht auch nicht. Kann man hier noch was nehmen? Warum nicht? Warum habe ich keine Flashlight? Habe ich Füße? Ich habe auch keine Füße. Ich kann nichts tun hier drin. Und warum sagt er bei einer Bade oder nichts? Das interessiert nicht. Hä? Ich brauche, ich brauche mein Phone. Es regnet draußen. Ist das ein richtiger Ernst? Paul? Chargable Battery. Hier haben wir ein Bett. Ich kann aber nichts tun. Am Bett. Und hier ist ja nichts. Dann gehen wir wieder zum Computer. Charge Laptop. Laptop. Auf geht's! Bitte. Ich find mein Jacket. Laptop, ich will jetzt den Laptop sehen. Wir müssen unsere Jacke finden. Das war ein Schlag von Fuss. Check it, ich bleib dann gleich an den Halt. Check it! Und es ist wieder warm. Beste. Okay, es ist gut? Check it. Ich habe mir das im Computer. Post. Laptop. Play. Control. Rock. Stein. Gibt es mir keine neue Message? Keine neue Message? Was muss ich tun? Ne. 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 I need to fold No fold Extract Beschau mal wieder Run scan Und scan läuft Ist schon ein bisschen unheimlich, oder? Er spielt es jetzt ab Lai Lai Checklist Kalender Papierkorb Kalender, Ordner S Kaliner Edge Moment, ich schließe mal kurz das Internet an Da steht mein Name wieder Er geht ja in meinen Ort oder Er ist ja schon mal im Browser Juppa geführt Friis Audio Moment, es dauert kurz bis da unten wieder die Anzeige Ich muss erst Ich werde nicht Silent House M Hier röste ich direkt nach desktop games What? M H H-E-O Hier gehört der F H-E-O 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 Du bist ja zu halb gekloppt oder? H-E-O 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 Der zeigt mir hier seine geilsten Spiele oder was? H-E-O 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 Drossel Drossel Was? Echt? Wo ist denn das? Ich hab... In Hohenberg E-Mails war ja nur das From Coolrig Wenn ich aufs Internet gehe How do I mix? What? Ich verstehe gar nichts mehr Leute, ich verstehe nur Bonho Ich verstehe nur Bonho Play Und da hat man eh das Video, ne? Wo wir ja schon gesehen haben Ah, die sind so creepy, oder? Aber Leute Ich weiß nicht, was ich tun soll Keine Ahnung Oh... Oh... Ohne dass ich hier weiterkomme Ich kann's ja nicht bewegen Und das hier kann ich auch nicht bewegen Und ich kann hier auch nicht laufen Oder sonst was Ich kann nur E drücken Und da macht aber nichts Ich kann nur E drücken und da macht aber nichts Alte... Blöde Und wenn ich auf Escape drücke Also Zahlen gehen auch nicht Enter geht auch nicht Space Leertaste Escape Da komm ich wieder zurück Und Flüchtling habe ich ja nicht Habe ich ne Inventory Tab gelohnt Na... Ja... Herzlichen Geburt Wir schließen mal die Tür Und es sagt mir nur was zur Toilette 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 Eine ganz nette Toilette Und neben kann ich hier nichts Springen kann ich auch nicht Ich kann mich nur ducken Wer hat es ihnen gewöhnt Wer hat es ihnen gewöhnt Wer hat es ihnen gewöhnt Unser Training ist morgen Freunde Training Jo Ich wurde es einmal kennen Würde ich sagen Ein ominöser Typ hier drin Machen wir den Schrank zu Aber der hat ja auch kein Smartphone oder so Verstehst Jetzt guckt er auch noch halb raus Da gibt es zwei Fächer Ja... Wir haben vorhin die Jacke Aus dem Schrank genommen Na herzlichen Glückwunsch Na Freude dann komm ich halt mal zum Ende ne Wenn wir hier kein... Die Dinger nicht bewegen können Und sonst nichts machen können Habe ich keine Ahnung Wie oder was Und schließlich weg Und fertig aus Ende Gelände Nichts passiert mehr Ja Freunde Das war auf jeden Fall Wenn ich jetzt auf Escape gehe Quit to Menu Ich glaube ich eine Demo noch Na ja Könnte was werden Aber ich weiß halt nicht Wie ich die Kisten weg räumen kann Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für's zu sein Ich würde mich freuen Wenn ihr wieder einschalten würdet Auf dem Brauchskanal Bitte bewertet das Video Schreibt was in die Kommentare Aktiviert die Glocke Und falls ihr noch kein Abberhaupt Ein Video aufs Kopf drücken Press den Hitbutton To Subscribe Ansonsten Kanalmitglied könnt ihr seit neuestem noch werden Wenn ihr mich unterstützen möchtet Und sonst Bleibt bitte gesund Und Und Ich hab zu mir die Finger die raus Eure rausgehalten Der tut laut Ich muss auf Ciao Ciao